Dad, kannst du mir mal den Pickel da ausdrücken? Was? Das ist ja eklig. Verschwinde. Wieso? Mom macht das auch. Aber deine Mom ist nicht da. Wann kommt sie denn wieder? Keine Ahnung. Sie wollte um acht hier sein. Und weißt du was? Es stinkt mir langsam, dass sie nicht da ist. Und jetzt verschwinde. Such dir jemand anderen zum Pickel ausdrücken. Larry, du musst mir mal den Pickel auf dem Rücken ausdrücken. Wirklich? Los, komm rauf.